Weiter geht's mit Berami. Vielleicht der letzte Angriff. Rodriguez. Holt den Ball noch. Rodriguez. Kommt du mitten! Tor! 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 Tor für die Schweiz! Tor für die Schweiz! Seferovic macht das 2 zu 1 für die Schweiz! Lässt weiterspielen. Trotz dieses Bodychecks. Rodriguez. Nach mehr die steht. Da ist er! Tor! Tor! Tor für die Schweiz! 2 zu 1 in der Nachspielzeit! Es ist der neue Mann! Es ist Seferovic! Und Berami, super bei der Mention, aber wie sie es haben, Valencia und Suisse, es ist ein Fehler für Berami, der weitergeht. Seferovic. Aller de l'avant, aller de l'avant, aller de l'avant. Aller de l'avant, aller de l'avant. Aller aller, 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 aller! Aller, 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 aller! Ils n'ont pas revenu, les Équatoriens! El y a un coup à jouer! Rodriguez! Das ist ein Witz! Zander Rodriguez! Egal! Egal! Extraordinaire, der Sombor! Wie gegen Chypre! De 1 für die Suisse! Der Dänouement komplett fou! An der 93. Minute! Danke, Rodriguez! Valencia! Oh! Krami! Mit einer hervorragenden Intervention, der auch gleich den Gegenangriff einleitet. Mechmedi! Und die Chance! Und das Tor! Das Tor für die Schweiz! In der letzten Sekunde! Ja, gibt's denn das? Der eingewechselte Haris Seferovic! Das Tor für Pappesati! Arroyo! Sende Fratt! Arroyo! Ah, il a tardé! Il a tardé! C'est Mirami! Qui a pu intervenir! Jouer! Jouer! La balle de match! L'arbitre laisse jouer! La balle de match, elle sera peut-être pour les Suisses! Ah oui! Ils sont 4 contre 2! Ils ne jouent pas plus que ça! C'est pas possible! Rodriguez! Peut-être ballon pour Mehmedy, il choisit 1er point! Ohhhhh! Et le but! Inscrit! Au bout du temps additionnel! Qui va offrir la victoire! A la Suisse! C'est Haris Seferovic! Qui marque! Et qui va permettre à Anati! De s'imposer 2 buts à 1! Un but venu d'ailleurs! A la 93ème Minute! Can he spot him? He can! Here's Arroyo! To win it for Ecuador! Blocked by Barami! That was a big chance! Maybe he should have hit it first time! What a tackle Sam! Here comes Switzerland at the other end! Rodriguez! Mehmedy wants it! It's a low ball in towards it! And a match! Switzerland win it in stoppage time!